Jo Leute! Willkommen zurück zur SPAR-Challenge mit Flash! Jaaa! Jaaa! Gleich in die Welt loggen! Jo! Äh, jetzt steh ich so komisch rum und ich weiß nicht in welche Richtung. Ich weiß es auch nicht. Hm... Eins, zwei, drei... Ach, da lang. Okay. Ich stand eben voll falsch. Wieso wird die Spitzer genannt? Das weiß ich natürlich auch nicht. Das ist alles deine Schuld. Nee, 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 nee. Kommt! Schön, dass hier mal ins Wasser springt, dann werden die die wenigsten sauber. Aber nass ist anders. Nasses hell stinkt ja. Hm... Boah. Hm... Ach ja. Ja, springt mal die Lava, die da gerade ist. Ach so. Geht ja nicht so. Geht ja nicht so. Das wäre heftig, wenn die es gemacht hätten jetzt. Nein! Hundis! Naja, zählt ja trotzdem. Ja, hast du ja zumindest gehabt. Ja... Ja... Aber trotzdem schön wäre das, wenn ich die auch heim mit nach Hause sehen kann. Ja... 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 Nicht so lang. Da macht ihr gleich nur Aua sonst. Ja... 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 Wie dieses Hundegejaule da. Kopf kratzen. Oh man... Warte mal eben. Moment. Nein. Warte nicht. Ich hab keine Lust zu warten. Der Ton ist falsch. Hallo? Alles falsch. Was machst du jetzt? Ähm... Ne, ich hab das sozusagen gemacht. Auf dem Dach hab ich mir jetzt... Einen Pisten genommen und Tagessichtssensor. Und wenn ich jetzt unten im Haus bin und nicht die Uhrzeit sehe. Hab ich mir oben so eine Alarm gemacht, wenn er ungefähr schlafen gehen müsste. Okay. Na hab ich schon lange war, oder? Ja... Bisschen schon, ja. Das ist mir... Was macht der denn jetzt? Wie blöd sind schon wieder. Ne... Das hatte ich mir aber vorher schon überlegt. Oh, jetzt muss ich mit dem Boot fahren. Naja, wenn die Hunde hier bleiben, bleiben die halt hier. Ist mir egal. Dann hab ich keine Hundys mehr. Ist mir egal. Außer, dass das nicht so weit entfernt. Oh, meine, ich wollte gerade sagen... UAH! Huh! Was? Kaum gab ein Zombie, der hat mich geboxt, ey. Vor mir ein Creeper. Huh! Huh! Nimm hier schrocken. Huh! Okay. Naja. Und Hundys. Ach, egal. Tschüss. Egal. Hunde hab ich jetzt. Obwohl... Ey. Ohne Witz. Was macht eigentlich... Der Iron Golem, Alter? Keine Ahnung. Ey, da sind die Hunde schlauer. Die Hunde kommen mir so langsam hinterher. Kommst du da nicht weg, oder was? Ach! Deswegen, der kam da nicht weg. Boah, du bist so blöd. Ja, der Golem ist blöd. Ja, der Golem ist blöd, Alter. Ich fahr in die richtige Richtung. Ja, ich fahr in die richtige Richtung. Ja, ich kotze dir immer gerne dazwischen. Ich weiß. Ja, nö, ist ja alles okay. Ach, das Land. Das ist gut. Natürlich Dschungel. Wer hätte das gedacht? Dschungel. Mal gucken, ob die Hunde gleich da sind. Zumi, 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 zumi. Und mehr Broti. Wo ist die Broti? Nee, die Hunde sind weg. Hey, irgendwann kommt nicht mehr mit. Auf Wiedersehen, ihr Hunde. Es war so schön. Das ist aber keine neue Wache. Oh, mein Lack ist gleich leer. Wohin so weit weg war. Das kann ich mal schauen. Ich fahr noch mal kurz hin. das war gar nicht wirklich nicht weit weg aber nachher man schon sagen da sind ja aber das ist die schlafe nachhaltig bei der opfer dunkel der alarm läuft die ganze zeit ach da sind ja noch kommt doch mitnehmen der alarm die für die ganze zeit bei mir kommt ja kommt ein ein macht ihr das in dem holz mit den rüstung geht auch noch mal gucken muss die kopf ist schon okay jetzt bisschen land ein bisschen was hast du land mit genommen wie ein bisschen land ist mitgekommen ja ja da sind die hunde ja schon kaum ein bisschen weiter in der nähe und stück hingesetzt und schon kamen jetzt geht man kurz schlafen akunamata da diesen spruch zentos und flash stinkt nach füllen nein hey so ein dummer hund hat ihm ein boot angestuft und mein boot wurde abbauen dummer köter alter ich höre jetzt schon wieder gas noch zwei lasst mich jetzt mal in ruhe gas diese scheißzone eben das was sie gemacht haben eben sich geportet und mit einmal zack mein boot kaputt und ich war noch über wasser die kam an und mit einmal zack vom boot weg nur ein boot weg gesprungen naja ich war schon ich bin trotzdem schon wieder mal hand die du hast land gemacht ich glaube das land was du die ganze zeit findest das ist immer nur was du in die hose machst das braun das land besser findest du das ja nicht braune erde ist das bohr gas kommt an der ich schwimme mal ein bisschen weiter zum land weil da hinten ist auch schon wieder dauert ein bisschen länger aber meine hunde komme hinterher und wir schwimmen und wir schwimmen schwimmen und wir schwimmen immer vorwärts und wir schwimmen und wir schwimmen aber nicht mehr rückwärts man ist da viel clay unten ach ne ich dachte aber das ist gieß 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 weil er wie man so schön sagt gravel 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 ja okay es wird alles gut bei dir vielleicht nicht mehr aber bei manchen leuten doch vielleicht ich habe gleich wieder ein gas problem und dies ach da komischerweise wenn du schwimmst und die weiter weg sind und wie sie nicht mehr siehst dann kommen die mit einmal aber wenn du mit boden bist nicht mehr naja hunde und man könnte kann mich auch rüber bauen schon mal hirnblank und dann da lang ich schwimme ich schwimme ich schwimme ich schwimme ich schwimmst du denn hin bohr ist das land ist so weit weg ich habe gerade mal 2000 geschafft ja ich weiß ja du weißt ja schwarz na viel spaß dabei wohl gelaufen denn jetzt ist 2000 geschafft dass ja ich weiß ich will hoffen dass ich land land und ein junger ein junger was du nicht kennst habe ich wieder nicht gefunden warte ich nur noch noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht auch nur das ist das ding wieder wo ich rumfahren musste hat man das ihm gehört naja was denn weil ich eben vorgegens micro graune alles gut ok jetzt nichts gehört du mädchen mädchen so machen wir das jetzt so ist auch nachher ist was ja ich habe immer noch schon wieder immer noch dass du gerade schon gegessen gibt es reicht noch nicht ja genau mit den auf junge junge nerv nicht gas alter such dir mein hobby sucht die andere freunde wird doch mal jetzt kann zurück zum absender jetzt ist es mir wirklich egal wo war das knapp das war wirklich bock gas alter nimmt doch mal die schwelle wieder zurück na gut das fehlt ja trotzdem das ist schön aber ich kenne nicht kaputt machen obwohl ich der hunde gehen und freut mich gab es folgt mir nicht mehr zu weit weg das land schon blöd wenn man kein koppel son in der hölle zerstören kann da gast ja das ist merkwürdig alles andere geht aber das ist keine nähter blöcke mehr sind wo kommt er denn um die ecke geschossen und fliegt gas ja wenn du auf normal stellst ist das normal noch haben das auf einmal stellst das ich weiß aber guter besser lechter wird mich gut junge versuchen wir jetzt über die über rum zu fahren bisschen oder muss sich denn auf jeden fall gehen was denn nix auf 82 gar nicht also bis jetzt habe ich nicht gut geschafft über rumzufahren aber ich glaube irgendwann habe ich gleich das pech und kommen nur land ja heiland gesagt das hast du gerade gesagt du bist aber wirklich schnell unterwegs ja mittlerweile sind muss aber auch ganz gut so schnell unterwegs bist muss ja auch so sein ich will die ganzen flussminderung und so ich glaube davon ist wenn das höchst über gas 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 mal gucken vielleicht fahr ich auch gerade nur im kreis ein bisschen schon koordinaten auch nur nicht im ende sein nicht ende sein nicht ende sein weiterfahren weiterfahren 80 und hier irgendwo drüber toll hier vorne ist ende und das boot ist kaputt ja und hier drüben geht es weiter oder wie mich verarschen so nenn ich kann zwei oder okay dann heißt das bett über die berge klettern junge junge stehens wir sind bei 13 minuten das weiß ich gehe fast schon wieder drauf wir konnten gucken wo ich lang gehen muss ich bin erschrocken ich bin erschrocken das ist wie gas nerven ich habe mich an der tür geklopft hat und nicht rein soll benni ich habe mich voll erschrocken ich habe mich voll erschrocken ich habe mich voll erschrocken das ging ja gar nicht ich wollte nur kläck so kläck kläck boah ey gas das stirbt doch einfach mal neunt penner wahrscheinlich voll extra gemacht junge sterb doch so wie viel haben wir denn jetzt geschafft und wir sind bei 6700 und das sind eine folge soweit cool kriegst du einen daumen hoch wirklich weit ist das nicht bezahle 20 euro und einen daumen hoch ja ne ist klar könnt ihr mal drauf gucken bei black spring up na sagen wir sagen wir jetzt nichts zu wissen sie doch bestimmt oder so wir wollen ja jetzt kein kleiner penner jetzt hat er mich in whatsapp angeschrieben und meine uhr ist weg ach so ich sehe sie aber noch neun sekunden noch ja zum glück sehe ich das doch noch so ein bisschen ja ist alles gut und das war es mit der folge wir bedanken uns fürs zugucken und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss